Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Poozie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute haben wir mal wieder einen Pokémon-Booster-Display am Start. Und zwar Sonne und Mond aufziehen der Sturmröte. In diesem Display befinden sich 36 Booster-Packs. Richtig, richtig chillig. Kostet irgendwie 150 Euro. Keine Ahnung, warum ich das mache. Ich hoffe, ihr feiert das. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Ich muss auf jeden Fall meine Pokémon-Karten Sucht unter Kontrolle bekommen. Ja, wir werden jetzt diesmal, also in der Folge, werden wir ein Drittel davon öffnen. Das heißt, 12 Booster. Mal schauen, ob wir da irgendwie Lack haben und die ein oder andere geile GX rausziehen. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht, checkt die Playlist ab, falls ihr die anderen Parten noch nicht gesehen habt. Ja, let's go. Wir starten jetzt. So, da ist jetzt der Display am Start oder das Display. Ich weiß nicht, wie heißt es, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Ich will auf jeden Fall dafür mindestens 1735 Likes sehen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es nie wieder... Okay, nee, das ist zu weit aus dem Fenster gelehnt. Egal, macht die Likes einfach voll, das würde mich freuen. Jetzt wird hier original verpackter Display, der original verpackte Display wird geöffnet. Das labere ich schon wieder. Let's go. Und übrigens, Niklas ist auch am Start. Moin! Ich füge einfach so ein behindertes Moin von einer fetten Frau ein. Okay. Let's go. Das wird jetzt hier geöffnet, Leute. Das ist immer so ein geiles Gefühl. 36 original verpackte Booster. Wer würde das jetzt gerne öffnen? Oh, shit. Hier. Alle am Start. Ich habe von der Erweiterung, glaube ich, noch nie welche geöffnet. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich neu jetzt für mich an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Und zwar haben wir jetzt hier die 36 Booster am Start. 18 und 18. Ich will jetzt gar nicht nachzählen. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass alle vorhanden sind. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal 12 Stück. Das heißt, 18 minus 6. Das heißt, wir lassen einfach 6 übrig. Das ist umgekehrte Mathematik. Das sollten jetzt 12 Stück sein. Wir zählen nochmal nach. 3, 6, 9 und 12. Alles am Start. Easy. Salat. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal. Niklas, du darfst dann auch ein Pack öffnen oder so, wenn du Bock hast. Aber ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal mit dem ersten Pack hier oben. Wir machen es einfach der Reihenfolge nach. Aufziehen der Sturmröte mit diesem Pokémon drauf. Keine Ahnung, was das für eines ist. Ist aber auch egal. Das Messer kann ich mal wegpacken. Brauche ich jetzt nicht mehr. Let's go. Alter, ich habe so Bock, jetzt richtig geile Karten zu ziehen. Let's go. Erstes Booster Pack wird geöffnet. Und... Alter, die hintere Karte, die fühlt sich an wie ein komischer Go. Keine Ahnung. Irgendwie total komisch. Egal. Wir sortieren das mal wieder, so wie es sich gehört. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Booster. Vielleicht haben wir First Booster Luck. Mal schauen. Und kam auf. Palimpalim. Das kennen wir ja auch. Skobbel kenne ich... Oder Skoppel kenne ich noch nicht. Laukaps. Ist auf jeden Fall ganz nice. Spoink. Psycho. Okay. Hier einmal Pflanzenenergie. Dann haben wir einmal die rote Speer-Karte. Kenne ich auch noch nicht. Das sind jetzt ziemlich viele neue am Start. Wie gesagt, die Erweiterung habe ich noch nicht geöffnet. Noch kein einziges Booster davon. Oder keinen einzigen Booster. Chillerbell. Alola Georock. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Alola ist auf jeden Fall am Start hier. Ein bisschen Blitz-mäßig. Ist auf jeden Fall auch Blitz anstatt Stein. Beziehungsweise Kampf oder was auch immer das ist. Und dann haben wir einmal ein Kommandutan. Alles klar. Kommandutan. Was ist das? Reverse-Holo. Psycho. Sieht ganz cool aus. Irgendso ein fetter Gorilla. Und wir haben, ich habe es eh schon gesehen, keine GX. Aber es ist einmal Kava Lanzas. Sieht aus wie der Prinz von Clash Royale, oder? Was würdest du sagen? Schon. 120 Kf. Ja gut. First Booster lag war auf jeden Fall schon mal nicht am Start. Ich würde sagen, ich öffne es so lange, bis meine GX kommt. What the fuck? Bis meine GX kommt. Und dann darf Niklas mal eins öffnen. Sonst wäre das natürlich mies, wenn er die erste zieht oder so. Let's go. Alter, die Karte fühlt sich an wie so ein Blatt Papier. So ganz dünn. Ganz komisch. Keine Ahnung, was da los ist, Leute. Wahrscheinlich Fake-Karten oder so. Auf Amazon bestellt. Das wäre auf jeden Fall ultra der Fail. Okay, wir haben erstmal einen Schalleloss. Auf jeden Fall cool, cool, cool. Ich sehe es halt einfach schon glitzern hier hinten. Hast du es auch gesehen? Glaubst du jetzt daran, dass das eine GX wird? Skoppel. Tuska, das kennen wir natürlich auch. Quiekel, 60 KP. Mankey. Ey, wenn das jetzt direkt eine GX ist, das wäre richtig nice. Einmal Wasserenergie. Okay, dann haben wir ein Gronkh. Gronkh ist am Start, 120 KP. Dann einmal die Samantha. Okay, richtig nice. Trainerkarte. Stollrack, 100 KP. Komm schon. Oh, Alola Kleinstein. In Reverse-Holo. Aber jetzt kommt hoffentlich eine GX. Und, oh, what the... What, 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 what. Okay, es ist einmal ein Katagami GX in Full Art. Und ich brauche jetzt unbedingt eine Folie dafür. Weil die Karte ist auf jeden Fall richtig geil. Ich wusste gar nicht, dass es existiert, dieses Pokémon. Katagami GX. Ich hole mir erstmal eine Folie. Das ist mir sonst zu risky. Also hier ist sie am Start. Sieht richtig, richtig cool aus. Mit diesen ganzen Farben, die sich hier widerspiegeln im Licht. Richtig, richtig sick. Also, ja, ist eine ziemlich coole Karte. Full Art feiere ich persönlich natürlich sowieso. Kann man sich schon mal geben. Centering sieht auch in Ordnung aus. Die erste GX aus dem zweiten Pack. Das nenne ich eigentlich schon mal Packlack. Das heißt, Niklas darf jetzt mal eine öffnen. Ich bin gespannt, ob er das hinbekommt. Aber ich gebe dir schon die Anweisungen. Nice. Okay, jetzt nimmst du vier Karten von hinten. Ach so, von hinten? Nee, nee, nee. Also, die da, genau. Die ersten vier. Was machst du, Junge? Okay, so. Und jetzt tust du zwei. Die nächsten zwei tust du da rüber. Also, so. Nee, so rüber. Ja, genau, ja. Und jetzt so. Okay, und jetzt ziehst du auch nicht eine GX. Wenn nicht, dann darfst du nie wieder Karten aufnehmen. Nice, okay, haben wir schon mal Kleinstein. Stolunia, okay. Machst du hier Höchstpumschneid. Oh, Neolag. Boah, okay, das kennst du aber. Nice, ja, das Sternu, auch First Generation. Glaube ich gesagt. Ja, kann sicher sein. Okay, die Energiekarte. Oh, Mildtank. Auch ziemlich cool. Duidino, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ich habe sie selbst schon gespoilert. Okay, ich glaube, das sind keine Gags, aber egal. Gastrodorn, nice. Oh, die ist cool. Prübers Solo. Direkt in der Tüte. Die ist am Schatz. Regigigas, Regigigas, Gagagagax. Die nehme ich mal weg. Und? Boah, ist das krass, Digga. Toll, ich mache die Karte. Ja, Regigigas. Das ist perfekt. Regigigas. Ne, Regigigas, doch. Richtig neiser Name, okay. Nächstes Pack, was ich gehört habe. Niklas hatte leider kein Pack. Luck, aber was soll's. Ist halt ein Anfänger, da kann man nichts machen. Der verbiegt mir hier schon die ganzen Karten. Ey, wenn da eine verbogen ist, dann zahlst du Strafe. Finde Spaß, okay, let's go. Zack, zwei, und ich schwöre, Digga, das wird so safe eine GX sein. Leute, wenn das eine GX ist, auf Ansage, kriege ich 10.000 Euro von Niklas, okay? Machen wir? Ja, richtig. Dann starten wir schon mal mit einem Pummeluf. Ich will natürlich nicht spoilern hier. Zack, dann haben wir einen Hunduster, 60 KP. Ein Pikachu, 60 KP. Cooles Artwork. Habe ich, glaube ich, noch nicht so. Ein Mehikel, okay. Ey, es glitzert schon hinten. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Oh, shit, oh, shit. Staralili, Leute. Ich bin so gehypt, was das jetzt sein wird. Ey, es ist auf jeden Fall eine GX. Es glitzert richtig hart. Alola Georock, nochmal, hatten wir ja schon. Verschlungene Haien, okay. Dann einmal ein Emolga. Ein Capuno. Und, oh, yes, Digga, direkt die nächste GX. Ein Armigento. Alter, richtig, richtig cool. Ja, direkt eine Folie. Niklas denkt auf jeden Fall mit. In vier Packs. In vier Boostern. Zwei GX. Wie geil ist das, Digga. Das ist schon eine richtig gute Ausbeute. Und die sieht auch noch richtig cool aus. Alter, ich biege hier die Karte richtig zu Tode um. Die wird das nicht überleben, glaube ich. Ah, das tut weh, okay. Hier, Armigento GX. Sieht richtig cool aus mit den Farben hier. Kann man sich auf jeden Fall geben. 210 Kp. Rebellieren ist die GX-Attacke. Ja, ich finde, die Karte sieht ziemlich cool aus. Also, das kann man schon mal machen. Das gibt schon mal ein Like. Okay, nächstes Pack. Nächster Booster wird geöffnet. Vier Stück haben wir schon. Und ich würde sagen, jetzt gibt es mal für euch wegen der GX einen Online-Code. Den könnt ihr einlösen, wenn ihr wollt. Hier, gönnt ihn euch. Und dann geht es auch schon weiter. Zack, vier und zack. Hier wird jetzt noch mal eine GX drin sein. Das predikte ich jetzt einfach. Wenn es wieder stimmt, dann kriege ich noch mal 10.000 Euro, okay? Nee. Laukabs. Dann ein Warblue, okay. Warblue, okay. Dann Irbis. Dann haben wir ein Owei. Hornlyu, 50 Kp. Dann einmal Stahlenergie. Grebbit, 130 Kp. Sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Kaifel mit 100 Kp. Konterenergie. Ja. Ein Remoride in Reverse Holo. Und ich sehe schon, das ist keine GX. Leider, leider. Aber es ist ein... Boah. Ciao. Das braucht auch wirklich niemand. Okay. Nächster Booster wird geöffnet. Du kannst auf jeden Fall auch noch einen öffnen, wenn du dich besser anstellst und auch mal eine GX gehst oder so. Ja, so geht. Weil so geht das nicht weiter, Niklas. Okay. Let's go. Wir schauen mal nach. Ich sortiere das Ganze wieder. Zack, zack, zack. Und zwei... Ey, irgendwie fühlen sich die Karten so durchnässt an. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht die Lagerung irgendwie ein bisschen verkackt oder so. Auf jeden Fall fühlen die sich alle so ein bisschen lasch an. Keine Ahnung. Ist auch egal. Starra Lili nochmal. Das hatten wir schon mal. Der hat einen Mehikel. Hatten wir auch schon. Hornliu. Feenenergie. Gastrodon. Rote Speerkarte. Chilabel. Rassaf. Und... Wow. Das ist doch mal was Schönes. Ein Milotic. Nicht in GX oder so, aber ein Milotic. In Holo. 120 Kp. Ja, Artwork sieht cool aus. Das kann man schon mal sagen. Aber Leute. No Jock. Hier, Holo-Effekt. Ist auf jeden Fall richtig cool am Start mit den ganzen Farben. Die Karte gefällt mir tatsächlich. Also... Ja, kann man sich schon mal geben. Finde ich auf jeden Fall auch ziemlich cool. Okay. Let's go. Der nächste Booster wird geöffnet. Mal schauen, wie lange das Ganze hier dauern wird. Ey, ich verkacke hier total mit Booster öffnen. Was geht ab? Okay. Zwei. Und... Let's go. Im Schnelldurchlauf. Ein Pack, würde ich sagen, machen wir den ganz normal auf. Ohne das zu sortieren. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir den irgendwie Pack. Ich weiß nicht. Trauenfugel. Schnutthelm. Warblue. Quiekel. Einmal Wasserenergie. Alpollo. Einmal Konterfänger. Medira. Drachenpokémon. Auf jeden Fall ziemlich cool. Alola Kleinstein. Nochmal in Reversehole. Und ein Regi-Steel. Und tatsächlich ist jetzt das erste Regi-Pokémon. Der erste Golem. Also Regi-Eis oder Regais. Wie auch immer man das ausspricht. Ist jetzt in Pokémon Go in den Raids erhältlich. Und hier gibt es Regi-Steel auf jeden Fall. Ziemlich cool. Ich glaube, da gibt es drei verschiedene. Auf jeden Fall ganz nice. Wir haben jetzt noch fünf Packs übrig. Ich würde sagen, ich mache noch eines auf. Dann darf Niklas noch zwei öffnen. Und dann mache ich die letzten zwei auf. Okay. Und das öffnen wir jetzt einfach ganz normal. Einfach so. YOLO. Let's go. Hier ein Miniras. Ein Barschwar. Ja, das gefällt mir. Dann ein Velursi. Ein Traunfugel. Ein Palimpalim. Ein Kaifel. Und ein Traunmagil. Ist die Rare. Wow. Okay. Der Rest ist eigentlich eh egal. Milchtank nochmal im Start. Und Duo Dino. Wow. War das ein geiles Pack. Das ist Niklas wieder dran. Muss auch nicht schimmern. Aha. Der ist noch viel hier im Start. Okay. Was geht? Ein Skoppel am Start. Okay. Dann ein Schallelos. Was auch immer das ist. Tragosso. Kennt man ja auch. Barschwar nochmal am Start. Molunk. Ja. Einmal Blitzenergie. Kokuna. Ein Hydragil. Seh das nichts. Wow. Geile Karte. Seh das nichts. Wow. Okay. In Reverse. Einfach genau die gleiche Karte. Und wir haben einmal. Bebor. Wow. Was ist das? Okay. Jetzt darfst du noch eins öffnen. So. Und da ziehst du jetzt aber bitte eine GX. Weil so ist es echt schon hier erwärmlich. Okay. Niklas letztes Pack. Mal schauen. Vielleicht hat er Lack. Hast du das? Also hast du schon mal eine GX oder so eine krasse Karte gezogen? Eigentlich noch nicht. Nee. Hast du überhaupt Pokémon Karten gesammelt? Nein. Du hast was verpasst in deinem Leben. Da schlössst du nicht rein. Das ist peinlich. So. Let's go. Gut. Ein Kapuno. 70 KP. Ein Stern. Du. Ja. Schon wieder. Irbis. Wow. Velousi. Komm. Du brauchst jetzt echt eine GX. Alola Kleinstell zum 10.000. Mal. Mediras. Okay. Grebbit. Kaife. Okay. Auch ganz cool. Und Chilabelle. Und jetzt kommt die Karte. Komm schon. Oh. Nice. Was war das? Voll so cool. Anigo. GX. 180 KP. Ja. Ich tüte mal an. Mach mal besser. Ja. Okay. Ja. Läuft. Anigo in GX. Ja. Sieht ganz cool aus. Dieses Quallen Pokémon. 180 KP. Auf jeden Fall richtig lucky hier rausgepullt vom Niklas. Und jetzt haben wir noch zwei Packs am Start. Leute. Die letzten zwei Packs. Wenn da jetzt nichts krasses mehr drin ist. Okay. Wir haben schon drei GX gezogen. Also eigentlich. Viel krasser kann es gar nicht mehr werden. Das ist schon so eine gute Bilanz. Muss man ganz ehrlich sagen. Niklas. Es hat sich die Karte schon eingesteckt. Er behält die jetzt oder so. Keine Ahnung. Let's go. Wir sortieren mal wieder. Zack. Zack. Und. Leute. Jetzt die vierte GX. Wie sieht es aus? Ich habe auf jeden Fall Bock jetzt noch eine zu ziehen. Ich hätte gerade echt nicht gedacht, dass bei dir eine drin ist. Aber egal. Kapuno. Ein Alola Kleinstein. Ein Remorite. Stolunior. Sterndu. Einmal Feuerenergie. Kampfdisk. Verschlungener Hain. Gastrodon. Komm schon. Alola Knogga. Richtig. Richtig sick. Und ich will es gar nicht. Also ich will schon. Oh nein. Oh nein. Alola Knogga auf jeden Fall am Start. 100 KW. Ja. Reverse holen. Und. Oh Gott Digga. Ein Stami. Ne komm. Letzter Booster jetzt für diese Folge. Let's go. Jetzt vielleicht nochmal GX-Luck. Drei haben wir schon gezogen. Auf jeden Fall. Gar nicht mal so schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Aber eine letzte würde glaube ich mal nicht schaden. Oder? Was meinst du? Schadet das? Ne oder? Nö. Okay. Dann. Dann. Let's go Leute. So. Ein Mankey. Ein Mini-Rass. Ein Laukaps. Einmal Capuno. Hunduster. Einmal Blattenergie. Seht es nichts. Al Polo. Kontorfänger. Komm schon. Oh wei. Und Alola Reitschu. Nice. Ist zwar keine GX. Aber es sieht auch ziemlich cool aus. Hier mit dem Artwork. Am Strand natürlich. Am Start. Alola Region. Ist auf jeden Fall da. Finde ich ziemlich cool. Die kommt auch direkt in die Tüte. Die anderen. Selten werden natürlich auch eingetütet. Aber das mache ich erst nach dem Video. Ja. Reitschu ist echt cool. Ich habe glaube ich sogar noch kein Reitschu als Karte. Von dem her. Ziemlich ziemlich cool. Und dann noch in Alola Form hier ein bisschen Holo am Start. Ziemlich ziemlich nice Karte eigentlich. Und Leute. Das war es jetzt hier. Wir zeigen nochmal die Ausbeute. Wir haben die krassesten. Das waren jetzt diese GX Karten. Das war einmal. Einmal ran. Das sind die drei. Okay. Einmal Amigento. Dann einmal Katagami in Full Art. Ziemlich cool. Und einmal Anego in GX. Ich kann es kaum erwarten. Den Rest von diesem ganzen Display hier noch zu öffnen. Wir haben ja noch zwei Drittel am Start. Das passiert dann in den nächsten Folgen. Leute. Bis dahin. Ja. Wir sehen uns. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.